Oh, das Ratte ist kaputt. So, wir dürfen die holen wir uns jetzt. Und dann... Ich glaube, das waren die hier oben, ne? Irgendwo auf der Brücke. Und wenn wir die ausgerottet, ausgelöscht haben, könnt ihr halt, wie ihr wollt. Ähm, gehen wir zurück, holen uns die. Hier, RR, Red Rhythm on the Dragon Ball. Finde ich schon wieder klasse. B-Ford Station, Bedford Station. Achso. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Äh. Äh? Da unten noch eine Hilfe. Los. Bin da. Sieg gleich. Brauchen wir zwar, glaube ich, gar nicht, aber... Hi, wie geht's dir? Gut. Alter. Ich muss noch lang. Der sich Gerechtigkeit und kommen weit draußen. Ich will ihn ja nun nicht dir rüberunterschießen, ne? Dieses Mal, wenn man sich alle rüberunterschießen. Oh. Das war jetzt der Falsche. Das ist egal. Ich kräfte doch lieber einen Hundertmann. Du merkst dich vorhin auch. Entschuldigung, Lockmüt, ich wollte dich nicht anschießen. Rattenfleisch. Warte mal. Ja, lieber geht auch. Fleisch. Fleisch. Fleisch, lieber. Soll er? Großkorken? So. 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 Wo ist der Arschloch, Alter? Geht doch. Komm mal. Ha 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 ha. Pff. Hab dich. Oh, Alter. Ich werde mal alles mitnehmen hier. Hund. Komm, Hund. Da geht nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Gut. Äh, ja. Das ist blöd gelaufen, dass wir ihn erschossen haben. Hoppla. Passiert. Ich gucke auch nicht so viel, wenn er mir in den Schuss rennt. Das muss er mit leben. Was ist hier? Schreibtisch leer. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Zwei Stimpaks. Gut. Weiter geht's. Jetzt gehen wir da erstmal hin und schießen den Raiden ein vor den Kopf. Ja. Wo sind die denn? Alter, ist das ein Feuterweg. Durchgeladen. Durch. Wir nehmen erstmal die. Also. Das kann aber nicht sein. Ich glaube, die meinen das da, ne? Ach, nö. Ah, gut. Okay. Oh, Klatschungel. Was war das? Oh, du hast. Aufmerksam machen. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Okay. Und hier kommt Conny Allen mit einem Lied, das, also, es geht um. Aha. Hier kommt Rocket 69. Nein. Du, du. Stirbe endlich. Nö. Wow. Wow. Eigentlich nicht. Ja, ich auch. Süß du. Tö, dö. Tö, dö. Schwein pfeift. Ich muss noch irgendwo einen Sondel rumkrepeln. Unten. Gut. Haben wir ihn. Da. Alter, was stehst du denn im Weg, du lustiger Hund? Naja. Meine Fresse. Steht da wie 5 Meter Feldweg, der Typ. Bin mir eh gleich wieder überladen. Könnte mich doch jetzt schon. Level up. Das ist schön. So, was hast du jetzt noch? Rauchen ist schlecht für dich. Ähm. Nö. Benzinkanister. Wir können nicht mehr so viel mitnehmen. Boah. Ist okay. Warte mal. Kollege Schnisch, du hast ja eine Maschinenpistole. Uh. Boah. Kommt vor. Du hast ja auch nur 18 Schaden, ne? Ja. Wo ist denn jetzt? Maschinenpistole. Yeah. Die machen wir erst mal weg. Du kommst da hin. Okay. Du da hin. Gut. Let's go. Dann würde ich sagen, räuchern wir die Raider. Oder Raiders. Was? Am nächsten Mal aus. Ja. Sind noch 95 Meter. wieder. Das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oder? Weil wenn wir jetzt nämlich ster... Uh. Apropos sterben. Äh. Sehe ich gerade. Ja. Nee. TP. Blähfliegenfleisch. Müssen wir vorhin kochen. Was haben wir denn hier? Ja, na gut. Ja, fast voll, ne? Ja, den Rest müssen wir nachher abkochen. Warte mal, da war noch eine Kochstation. Wir kochen das jetzt mal ab. So. Also die müssen wir erst erledigen. Dann schießen sich uns die einander an. Alles klar. Dingelingelingeling. Bist du hause? Genau. Guck mal. Voll übersehen. Jet. Was haben wir hier? Toll. Hund hat etwas gefunden. Wo ist Hund? Hund. Was denn? Was hat der Hund gefunden? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Herstellen. Ja, herstellen. Braten. Ja. Ähm. So. So. Noch irgendwas? Köterkeule. Zack. Lego an einem Stil. Tü, 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 tü. Noch irgendwas? Ja, da sehe ich uns. Top. Gewertbares Getränke. Ja, gut. Ja, wollen wir. Danke. So. Das ist das große Ding, was wir säubern müssen. Das da hinten. Alter. Ja. Ja. Gut. Also wir sind ganz schön weit weg von zu Hause. Würde ich gerade mal sagen. Was sind wir? Schatzsucher. Revolverheld. Lass dich von Voltec leiten. Nö. Meisterhändler. Härte. Nö. Erste Liga. Gewehrschütze. Bleib machen. Das ist eigentlich natürlich nicht verkehrt, ne? Das schwarze Wirtuell. Haha. Äh. Was haben wir hier? Kommando. Schnorre. Hört sich alles nicht schlecht an, ne? Intelligenz. Okay. Hier brauchen wir schon Intelligenz 4. Das hier. Okay. Schmied. Schlossknacker. Okay. Dann brauchen wir definitiv mehr Intelligenz. Eigentlich brauchen wir eigentlich nochmal alles. Hm. Langfinger oder... Glück. Erfahrungspunkte sind eigentlich immer gut. Gut. Da seh' ich uns. Hier. Fertigungsanlage und da müssen wir rein. Huch. So. Hier hinten ist Tempines Bluff. Und hier hinten sind wir. Ja. Wir reisen nochmal hin. Dem Juwelengrünen... Ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth Diamond City Radio. Okay. Was denn? Nix. Einfach mal... Nix. Oh. Guck mal. Ist neblig. Dann sollten wir doch mal... Zack. Zack. So. Impro. Billardkühl. Ich weiß nicht. Da haben wir auch noch... Na gut. Das Rübe... Können wir hier lassen. Kurzes Schrotflinterfahre. Da haben wir vier Stück. Da brauchen wir nur eine. Jagdgewehr. Ja. Lassen wir es mal hier. Da haben wir noch mehr als genug Munition für. Gut. Da haben wir mal ein bisschen aufgeräumt. Hops. Dann einmal... Ja. Modifizieren. Ähm... Wir brauchen mehr Schaden, definitiv. Ja... Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Besser. Reichweite. Ei, ei, ei. Aber geht doch das Gewicht... Hoch, ne? Äh... Ja. Standardgriff. Standardmarken. Das war klar. Ich hasse nichts mehr als Raider-Dreckssäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ja, mache ich. Sofort. Reflex, wie sie...